Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, dem 27. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 773 und heute startet eine neue Woche. Unter anderem mit AVM, Schnellkoppel, Knopp, Ikea, Roland, Macintosh, Huawei und nochmals Huawei. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, zweimal Huawei und zweimal Ikea. Aber beginnen wir gleich mit AVM. Die haben zu Ende der letzten Woche ein Update rausgehauen. Unter anderem für die beiden LTE-Boxen. Was heisst unter anderem für die beiden LTE-Boxen? Die 6890 und die 6820. Genau, die mobile und die fixe. Beide bei mir im Einsatz. Und da freue ich mich natürlich darauf auf das Update mit Fritz OS 713. OS 50 neue Funktionen darunter hat. Unter anderem ein paar Verbesserungen und auch Geschichten rund um den Bereich Smart Home. Mit den SIM-Karten hat sich ein bisschen was getan. Oder wie gesagt, mit den SMS, die auf die SIM-Karten kommen. Und so weiter und so fort. Wer dazu mehr wissen möchte und selber so ein Produkt besitzt, der Link mit den ganzen Daten dazu findet ihr in den Shownotes oder auf daily.kiktok.ch. Das gilt natürlich wie immer für alle Themen, die wir heute hier im Podcast drin haben. Weiter geht es mit dem Schnellkoppel-Knopf von Ikea. Den Tratt-Free-Knopf, der für günstiges Geld zu haben ist. Da habe ich ja vor ca. zwei Wochen vermeldet, dass das Ganze in Niederlanden schon erhältlich ist. Dann habe ich ein Update gemeldet, dass es in Deutschland jetzt dann, oder Anfang Februar erhältlich sein wird. Und bei uns in der Schweiz ist es so, dass es ab Mitte, oder spätestens Mitte Februar auch im Handel sein wird. Für neun Schweizer Franken, 95. Da werde ich mir gleich mal ein Batch kaufen gehen. Eine kleinere Ansammlung davon. Ich finde die Dinge nämlich toll. Weiter geht es mit den smarten Rollons, die es leider noch nicht in der Schweiz im Handel gibt. Aber die haben jetzt das lang ersehnte und zum Anfang des Jahres auch eigentlich gestartete Homekit-Update bekommen. Das Update Anfang des Jahres ging ja schief. Da hat es ein paar Dinge überschrieben in gewissen Homekits von Nutzern. Und deshalb hat IKEA weiter oder aufgehört, das Ganze auszurollen. Konnte das jetzt anscheinend fixen und hat begonnen, das jetzt weltweit auszuliefern. Wer noch nicht hat, sollte sein IKEA Gateway jetzt auf die Version 1.10.29 updaten und kann dann seine smarten Rollons auch per Siri steuern. Ja, am, wann war das? Samstag, am Freitag vor 36 Jahren. Ich denke ja immer wieder, ich bin alt, aber doch, ich bin alt. Mist, genau. Vor 36 Jahren, genau gesagt am 24. Januar 1984, hat Steve Jobs den neuen und den ersten Macintosh vorgestellt. Damals noch mit 128 Kilo Byte RAM mit einem 3,5 Zoll Floppy Disken, 9 Zoll Display und so weiter und so fort. Und das Gerät war natürlich wegweisend, zum einen wegen der Maus, zum anderen wegen dem grafischen Betriebssystem und all den anderen Schnickschnacks, die sie noch hatten. Und sie haben damals ja auch die sehr, sehr eindrückliche Werbung 1984 gezeigt. Dann habe ich noch zweimal das Thema Huawei aufgeschnappt. Denen geht es ja wirklich nicht gut und leider jetzt kommen noch bösere Nachrichten. Denn Huawei musste seine eigene Entwicklerkonferenz absagen. Was für Apple die WWDC, was für Google das IO-Dingens und für Facebook das F8 ist. Und was haben wir bei Microsoft? Die Build, genau. Das ist für Huawei die eigene Entwicklermesse, die sie jeweils in China durchführen. Die hätte am 11. und 12. Februar stattfinden sollen. Also schon bald in Shenzhen. Shenzhen, mein Gott, genau. Und das muss man jetzt eben absagen aufgrund des Coronavirus, der aktuell ja in China ziemlich stark und leider auch weltweit ein bisschen wütet. Und obwohl das ein anderes Thema, aber auf jeden Fall genau aus dem Grund hat man das jetzt abgesagt, weil es zu unsicher ist, dass man das bis dahin in den Griff bekommt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, kommen gleich noch weitere unschöne Neuigkeiten auf Huawei zu. Denn die amerikanische Regierung hat angekündigt, dass sie das Embargo deutlich verschärfen wollen. Denn bis anhin war es amerikanischen Firmen immerhin noch möglich, Exporte zu machen und die dann an Huawei zu verkaufen. Zumindest wenn man 75% der Produktion ausserhalb von den Staaten betreibt, das will man jetzt noch mehr anziehen und zwar auf 90%. Also ich glaube, Trump und Co. haben vor, Huawei wirklich platt zu machen. Das hoffentlich aber ist eine Stärkung für Huawei, dass sie ziemlich schnell lernen, ohne die ganzen amerikanischen Dinge auszukommen. Und das könnte der ganzen Welt gut tun, respektive, ja, jetzt müssen wir Europäer noch was haben, was wir da entgegensetzen können. Und dann kommt da wieder mal ein bisschen Gleichgewicht zustande, eventuell oder wie auch immer. Was denkt ihr dazu? Gerne mal in die Kommentare über Social Media, Mail, Kontaktformular und alles, was wir halt noch so haben. Und worüber ihr uns immer wieder, wie sagt man dem, kontaktiert, mein Gott. Und, ach ja, einen ganz, ganz lieben Gruß an den Sven mit W, also dem Sven mit W. Der hat uns nämlich eine Postkarte geschickt. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Instagram-Filter. Er weiss, um was es geht. Ich werde noch einen Tweet dazu verschicken. Dann könnt ihr auch sehen. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Start in die Woche. Ich freue mich wieder, wenn ihr die Woche mich begleiten werdet. Obwohl es ein bisschen übertrieben ist, ich werde nur die ersten drei Folgen machen. Die letzten beiden dann der Achim, weil ich ja bei Lenovo und bei Ducati bin. Mitte der Woche, Mitte bis Ende der Woche. Und ja, somit wird er dann für mich übernehmen. Das war's jetzt aber wie gesagt. Bis bald. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.